Hallo, ich bin Thomas Kaiser. Ich arbeite als Professor für Zoologie am Zentrum für Naturkunde der Universität Hamburg und forsche an versteinerten Knochen und Zähnen. Eigentlich bin ich also Paläontologe. Als Forscher interessiert mich, wie vor und früh Menschen in Afrika und Asien vor vielen Millionen Jahren gelebt haben und wie sie sich ernährt haben. Damit man das herausbekommt, muss man natürlich erst einmal wissen, an welche essbaren Pflanzen und Tiere frühe Menschen überhaupt herankommen konnten. Wie man das herauskriegt, das will ich euch nächste Woche zeigen. Man braucht dazu eine ganze Menge coole Geräte und Computer und kann am Ende sogar solche tollen 3D-Drucke hier machen. Und dann werden wir nämlich auch sehen, ob dieser Nussknacker-Vormensch, den ich euch hier zeige, auch wirklich Nüsse gegessen hat oder vielleicht was ganz anderes. Ihr dürft also gespannt sein. Wir sehen uns nächste Woche im Audimax und ich freue mich.